Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut-cute Oh, fast rückwärts Oh, der hat jetzt schon Goldsaver Der war wie einfach Oh Jetzt hast du mich erschrocken Was? Moment Wie hat Alex dafür kein Selfie gekriegt? Oh mein Gott, Alter, das muss ich mir gleich nochmal angucken Das war so krank What the fuck? Was hab ich da im Tor gemacht? Das war richtig komisch Boah, tickt der den noch mal Er kommt so eklig Oh, lol, was? Oh, lol, was? Oh, 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 oh Was, du gerade auch nochmal safe gekriegt, Nils? Ja Man, ey, ich werd hier ping-pong durch meine Mails gebackt Oh, aus Oh, lol, aus Was? Aber krasser Safe, Alter Ich hab ihn weggerammt, gibt das auch Punkte? Ich hab auch Ja, das, den hab ich nicht gesehen Hier, ich krieg Punkte Oh, was ist das denn? Ich krieg Punkte Jetzt krieg ich Punkte, lass mich mal am Ball hier Komm, Mittelfeldpass Wie, das gab kein Mittelfeldpass Da war ja wohl ein Mittelfeldpass Ey, der fliegt eklig, Jungs Der fliegt richtig eklig Oh Nice Weißt du, das gibt kein Safe Das gibt... Doch, du hast ein Epic-Safe bekommen Das gibt kein Safe, Alex, das gibt Epic-Safe Wer denn in Ecke gegangen? Ja Ja Mann, ey, oh 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 Nein, doch Oh Ohohohoho Eieiei, das war... Zauberklöge Mal fast n Eigentor, ey Was so aus nem Nichts von einer Jugend-Transition Was denn das? Gute Torwartaktion Was ist das denn?" Geil, Junge Can upon Was ist das denn für nen Lottospieler Oh Oh U cause Da kommt der Safe Höchstpersönliche Oh, Alter Halt Was geht hier ab? Was mach ich! Mach Scheiße Oh mein, der Voice-Chat ist so leise, ich höre einfach nichts. Oh, der war schon fast drin, Alter. Halleluja. Er fegt mich einfach weg. LOL. Hast du das gesehen? Ja, war ganz schön gut. Du warst ganz schön lucky, Alter. Oh, oh. Ich krieg safe. Der rettet selber. Ich hab weggerammt. Was ist das denn, ey? Der rettet einfach den Ball selber. Alter. Und dann hab ich zwei Safes gekriegt. Glaub ich, weiß ich nicht. Moment, das war aber das gleiche Argument, was Johnny bei uns auch gemacht hat. Ja, nachdem HD auf uns schon mal getragen hat. Nee, HD hat so nicht erwischt. Nee, da hab ich diesen Witz nicht drauf. Nee, da hab ich den Schwarz gesehen und dann halt sagen, äh... Ja, ich bin höflich da aufgerissen. No, no, bin ich nah an HD dran. Let's go! No, no, no. Untertitelung des ZDF für funk, 2017